Na moin, und da sind wir wieder zurück. So, muss das der Fallevent sein. Ja, mach ich doch schon. Oh, alle erledigt, sehr gut. Die Basis, der kommt dann gleich, woher? Und, äh, unten, im letzten Roten Kreis, sozusagen. Da, wo der Kommandeur ist, der Grüne. Ach, da. Ja. Ja. So. Hm. Jetzt kommt ein paar Portale, ne? Und unten ist noch, ach so, bei mir war, ich habe heute das schon mal gemacht. Da war ein Portal unten. Und das ist mal die Schreibung. Ja. 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 Ja, ich kann, ich kann hier so ein Kuchen hinstellen. Kuchen? In mir hat Kuchen gesagt. Hier, hier. Hier, hier, da. Geburtstagssorte oder was? Nee, ne. Hier onbearriegel. Herr Bler. Oh, cool. Dass ich mir extra freischalten lassen, dass ich basteln kann. steht es denn hier rechtlich ist die rechtlichen seite hier ja 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 könnte rein turistisch sogar noch ein lagerfeuer bauen ach so wichtig ist das auch nicht hier aber vor allem wenn die ein pro eh nicht mehr grüßt ja das stimmt hier steht eine geringe arcane zu mitspielen und hier hat ich schon hier hinten rechts naja habe ich jetzt schon über 1.000 von den marken ich sage ungewöhnliche münzen ja ja ich würde ich sagen wie viel ich davon habe schon 8.252 statische ladung 6576 präsen sternstaub und 5385 verkalktes keuchen ja aber ich wollte was ich wollte ungewöhnliche münzen ungewöhnliche münzen genau ich fliege immer nach oben und haut die gläte geschütztürme weg das ist so richtig ja das ist sehr wichtig wenn das keiner macht ist und da ich jetzt in diesen übungen habe kann ich das schon war ist sozusagen der großmeister der geschützturm verdichter ihr seid schon wieder geil ja man muss habe ich am anfang auch nicht so mitbekommen dass die es in offenen und geschlossenen status haben und wenn die ja genau sind und müssen sie einfach abschießen muss nicht durchbrechen muss ich auch sein müssen sie schießen ja ja warum schließen die eigentlich immer noch auf uns was ist da los der geschützturm verdichter halten sie ihres amtes ich bin im anderen bereich wahrscheinlich ich dachte genau deshalb haben wir abgesprochen wo wir durchgehen ja ja war sehr schön aber gut gemacht soll ich rüberkommen oder wollte ich selbst mal konkurrieren ich meine dann habe ich jetzt die gegenheit selbst geschützt ja ich schieße die immer ab ja siehst du oh sascha liegst du da oder ja ich bin ausgerutscht ja ich sehe schon es gibt auch einen erfolg hier wenn ihr die ich glaube 50 stück oder so müsst ihr wegballern ist auch ein erfolg von was von den feuerdinger da gegen den geschütztürmen genau das ist beim neuen gebiet auch so ja ja genau aber da sind dass die die bei dem erfolg als die bei dem event stattfinden und hier ist es einfach wahllos über den web fliegen und immer irgendwelche wegballern bis zu 50 verlassen und da ist er weg so jetzt noch ein bisschen quark einsammeln oder haben wir schon voll ja ist voll fertig ok so hintermitte noch süd noch ja mh mh sternen schnaub kann man nicht genug haben ähm ja hier ist auch noch einsammeln also ich habe soweit ich jetzt schon habe zumindest für ein äh komplettes Rüstungsset genug muss ich nur noch genug für zwei weitere sammeln oder so 1500 glaub ich brauch man nur das heißt ich hab für drei Rüstungssets ach so ich dachte wohl dass ich über WVW noch was Basteur mischt du da die letzte jetzt bist du bei einer schon bei oder nicht ich hab ja drei schon gebaut in WVW drei einzelne Rüstung Tücke genau aber wenn ich wenn es hier einfacher ist dann bin ich hier umso schneller fertig ja gerade mit diesen Konvergenzen jetzt also zumindest die dreimal die Woche lohnt sich schon echt sehr wobei eigentlich machen die relativ viel mehr Spaß die Konvergenzen zu können da können wir die auch etwas machen ja die anderen lohnen sich aber irgendwie nicht so ne ach eigentlich schon wenn du die sonst Dinger machst du kriegst ja immer so ein zusätzliches Teil ja ja diese Dinger da ja diese wie heißen die da sind auch äh 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 die Inga zuext drin und die können das schon bringen äh äh bis du hier stück äh jedes mal machst äh ja ja hängt halt immer davon ab wie man dringend ist wenn du einen verschluckt dann erschreck ich mich jedes Mal weil dann friert mein Bildschirm kurz ein ey ja ja dachte ich auch gerade nicht abschmieren die ganzen Essenzen hm da kann man natürlich halt nebenher pick man die ja das ist ja eigentlich auch die größte Masse die und man muss nicht mal farben das natürlich schon Vorteil ist genau durch die Konvergenz braucht man jetzt nicht mehr so hart farben das ist schon nice so besorgnis aktiv raus wo gehen wir hin wieder rechts rechts wo ist rechts links oder ost grüner kommandeur westen ah ok na gut also ich bin jetzt gegen sie gegengesetzt vom grünen kommandeur ja was denn jetzt genau was ihr gesagt habt rechts alles gut ja aus beim grünen kommandeur da nebenkommandeur ist nicht zu schwör da guck mal da fällt gerade einer in den Tod hm grämpchen so jetzt bin ich mal von hier oben ach das ist schon wieder so eine Surfer nervenseger ja ich würde gerade sagen das ist kein Surfer aber so spiel es halt bei mir ist kein Surfer das ist schon wieder so wie alle auf der richtigen map egal wollen wir mal nicht so sein öff und äh öff Nur nicht schlapp machen. Jo. So. Oh, wir haben überhaupt noch Hilfe. Na, aufsammeln hier. Na, aufsammeln. Ja, aufsammeln. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Gibt's hier wieder ein Portal oder so? Ja, aber erst wenn die roten Kreise alle weg sind. Ach, die anderen sind noch nicht. Sammel. So. Noch mehr sammeln. Und abgeben. Und abgeben. Bitte. Hat sich doch mal wegbewegt, die faule So. Ja. Oh. So, jetzt kommen wir nach oben. Nach da. Oh, nein, nein. Oh. 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 Haben wir noch mehr? Oh. 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 Süße. Oh. 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 Und wieder gestoppt. Ja, ich bin einfach zu lecker. Es gibt eine Möglichkeit, das zu verhindern. Und zwar sind da so grüne Felder verteilt. Und wenn man sich da reinstellt, werden die zugehen. Wenn man sich da rein, dann wird man nicht verschluckt. Ja, aber das geht auch. Oh. 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 so wieder blau ja das ist gerade der reihenfolge kann man sich merken ja es ist ohne jeden schritt ganz gerade die sich das gehört ob wir grünen doch alle reichen es ist nein nein so jetzt den grauen stabe handeln unsere lasern ich bin tot ich bin in so ein laser reich geflogen ja brauchst du nur ein einziges mal machen für den erfolg danach nicht mehr da habe ich glaube ich schon mal das ist ein erfolg ja am ersten mal danach nicht mehr da wollte ich mich verarschen es ist tatsächlich ein erfolg den hattest du noch nicht gehabt ne siehst du ich nicht und günstig brauchst du da nicht mehr rein fliegen da es gibt keinen weiteren erfolg ja wenn ich dann noch mal rein fliege dann natürlich nur ob ich weil ich vergessen habe ob ich den erfolg schon hat oder nicht so jetzt kannst du da unten kisten looten ich lege hier erstmal tot und dann kannst du dich heilen und regenerieren und retten lassen dann ich sie ignaxius im inneren naios rotes tagebuch na sehr schön so kommt einmal die große weil du ja tot warst musst du wahrscheinlich die große auch noch looten eventuell ja gibt er doch einen Aufwind reicht doch hoffentlich ja hat er recht krachtvolle ja du musst dich ja mal nutzen oh wo bist du ne so für die übersichtlichkeit die Gruppe hier verlassen eine Gruppe wieder oder ja 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 so einsatz trupp verlassen so ihr könnt mich einladen wir sagen ja schon vielen dank fürs zuschauen bis nächste folge Ciao, ciao. Ciao, ciao.